Herzlich Willkommen zu schönen guten Tag und der Konferenz der Mogik verloren und ich mache ja und die sind offenbar und zwar was habe ich noch gar nicht erwähnt er ist ein eigenes Gesetz weil hier paar Probleme hatten das Server zurückgesetzt wurde das habe ich mir auch genommen und ich habe glaube ich bestellt mit dem Po und wenn wir die Folge darauf kommen ein Stein Moni was machen wir jetzt bei der Staffel 2 Folge 1 oder machen wir so weiter mit den Folgen ich würde einfach direkt ganz also ich würde sagen wirklich ich will sogar Folge 1 wieder anfangen also Staffel 2 Folge 1 schreiben wir uns so dran oder ich weiß nicht wie das dann schreiben soll ich sage mir aber ich habe nur arg ein paar zwei drei dran ja ich weiß welcher in die Westshalber die laden die selben Folgen hoch also nicht die selben aber genau ich weiß nicht wenn immer das schreiben was du schaffst dann hast du es schon geschrieben das muss ich auch sagen bloß dass ich die Sachen einen Monat vorher geschrieben habe zum Thema bei uns ist erst Folge keine Ahnung was so angekommen das war das 26 oder so und ich bin jetzt schon fast tot aber ich habe schon eine Spitzhacke ich habe auch schon eine Spitzhacke und ich habe sogar schon zwei Diffusaurier auseinandergenommen also die haben sie auseinandergenommen die beiden Schildkröten und danach habe ich die ausgenommen wegen dem Fleisch sollte ich erst auf Leben oder erst auf Ausdauer gehen? Mogi da bist du ja wo? du bist gerade an mir vorbeigelaufen ich bin gerade im Inventar oh ich bin auch im Inventar ich bin auf Leben gegangen vielleicht auch ach ja wir sind jetzt im PvP das heißt wir können doch gegenseitig Schaden zufügen und wir können sogar wir haben nämlich also wir spielen jetzt am Anfang ein bisschen zusammen irgendwann trennen wir uns jeder baut seine eigene Base und dann werden wir irgendwann eins gegen eins machen mit all unseren Dinos alle werden alles hier noch andere Sachen hier machen wie äh ich weiß ja nicht wie was wir wollen jetzt zusammen Bosse legen und alles mehr oder werden halt andere Spieler mal jagen die Klasse das jetzt zusammenspielen dann noch irgendwie oh ich bin ein bisschen krank es tut mir leid da hört man wahrscheinlich auch ach ach ich bin noch ganz nah näher ok Mogi also was machen wir es ist gerade erst Tag geworden sie sollten uns aber nicht zu sicher fühlen es ist also ich habe schon gesagt warum ich glaube Prozent der Server untergefahren ist denn die Daten ich meinst du ihm das Prozent ich habe erkehren und ein Prozent herrlich gehabt und die beiden zusammen nachdem der Opel ich habe mich bald gebündelt wird zu annehmen nein ich bin mal eingestunden und aber zwar aber ich bin noch zu sagen wir können gegen andere spielen Bist du dir sicher die Hände sind mir relativ sicher aber ich bin aber ich will kein Tribe ich will ich will pvp mäßig dich töten irgendwann gut wir können pvp mäßig andere Leute töten die hier auf dem Server sind dann glaubst du euch hier joint jemand drauf und wir haben unseren eigenen Server erst nicht gefunden ohja wir haben zwei Stunden online gesessen und die IP und alles hin und her und dann war sie einfach online komischerweise ja ich habe ein Metall ach die die was mit dem Metall also trennen wir uns jetzt und nehmen dann die ganze Zeit zusammen auf weiß ich nicht also wenn wir nicht zusammen leben weiß ich nicht und wenn wir die ganze Zeit einordnen machen Mori was machst du gerade gerade mal was ich gerade 10 Euro oder wie weißt du aber es ist pvp das heißt wir zusammen also ich habe mal den letzten eingeladen und wir werden Angel einnahmen wenn sie einnimmt ich glaube sie wir uns hassen wir sie irgendwann vernichten oder ich glaube nicht die Kumpelmann 2 o o Karno er ist noch eingeladen Martin Letzter er ist auch der Sender in Meinschaft dann aber das ist ja ungerecht gern machen was das heißt 3 gegen 1 wollen wir aufnahmeregeln machen 1 8 nur wenn wir aufnehmen dürfen ja wann wir aufnehmen dürfen oder dass wir du hast du und ich nur beide gleichzeitig aufnehmen dürfen und außerhalb der Zeit nicht aufnehmen dürfen oder dass wir aufnehmen dürfen wann wir wollen eine Folge müssen wir zusammen machen und zwei machen wir alleine und du machst ja nie eine alleine das stimmt und wir und du machst so viele Sachen außerhalb der Aufnahme ich bin ja einer der gerne alles zeigen würde eigentlich bloß dir fehlt entweder die Zeit oder die Motivation alles in der Aufnahme zu machen ich habe mehr Zeitprobleme dass das ist okay ich habe schon mal Fieberklamotten was das ist das der Cheater ich habe mein Vorschlag wäre dass wir auf 60 wieder anfangen also trennen wir uns jetzt ich bin schon weg dann bitte dir sicher dass wir uns jetzt trennen ja da ja moi hat mich von mir getrennt war weil die Prüfung wird auf dem Anfall macht so weit in meinen Klan in meine Gilde auch niemand will mit mir zocken also Kuma was machst du gerade? ich weiß nicht was machst du denn gerade also ich skiller jetzt gar nicht weil ich skiller kann aber ein Level Up also ich bin ja schon Level 3 gerade geworden nein ich bin Level 2 wie ändere ich das mit dem Lokal? ich glaube das haben wir ja nicht eingestellt ich habe es eingestellt im Server gucken wir später nochmal ich habe von Opfern geschrieben und es kam nicht an es ging nur lokal dass wir uns jetzt schon trennen ich glaube es nicht eine Herausforderung für dich und mich du weißt aber ich bin eine größere Luftzie was hast du? du weißt ich bin eine größere Luftzie von uns beiden und ich weiß dass du zu nutzen könntest was ich nicht kann stimmt aber sagen wir wenigstens wenn wir das zusammen auch für beide immer? weiß ich nicht weil ich kenne dich du machst Sachen außerhalb der Aufnahme stimmt aber wir fangen an die Sachen gleichzeitig hochzuladen das Ding wäre es nett wenn du kurz warten würdest dann weil ich dann äh ich würde erst ein paar Videos vorrendern weil du weißt ich hab mal das Zeitproblem mit dem Rendern du meinst ich soll aufhören hochzuladen jetzt? nein nein äh bevor wir das hier anfangen wir werden das andere erst zu Ende hochladen oder? na klar naja also ich hab schon alles sofort hochgeladen mir fehlen noch drei Folgen die wir gestern aufgenommen haben mit der Schiffsfahrt ich bin grad da an der Folge am Hochladen gewesen oh ein Spinosaurus oh noch ein Spinosaurus seid ihr? der größere Suchtie hat zwei Gegner gefunden oh ein Silphosaurus oh und langsam krieg ich diese Dinonamen auf die Reihe das will ich gar nicht warum? aber zum Glück haben wir alle nicht so hohen Level und das war nicht in den Standbeck nur ein bisschen ähh also ein Spinosaurus dann würde dich mit einem oder zwei Herzen weg töten auf Level 1 ich bin und ich bin auch auf dem Weg das ist nicht nur zufrieden oh wo bist du denn hingelaufen? Richtung Süden. Wir haben leider keinen Punkt mehr auf der Karte, sonst will ich dir meine genauen Koordinaten sagen mögen. Uh, das könnte so ein bisschen schwer werden. Wir müssen beide in der Baseball, ne? Das PvP. Wir dürfen uns gegenseitig angreifen. Und das wäre um die Auffassung. Wir sollten gleichzeitig spielen. Das ist so zu sagen, während wir... Wenn wir mal nicht zusammenspielen, dürfen wir nur so etwas machen, wie in der Base bleiben und du sagst nicht, während ich offline bin, in meine Base kommen und meine Tiere fisten, während ich offline bin. Nein, nein. Das ist so eine Regel einführen, bitte. Nur wenn wir gerade gleich sich aufnehmen, Tiere töten und so, habe ich kein Problem mit. Also meine, in meiner Base. Also du darfst nicht, während ich offline bin, einfach mal in meine Base kommen und dir denken, oh, 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 oh. Das ist mir schon klar. Oh, Keno. Mogi, wie viele gefährlichen Tieren bist du schon begegnet? Äh, ich habe einen langen Hals gesehen. Okay. Ich spüre schon wieder so richtig mein Glück, weißt du das? Du läufst auch gerade ein bisschen rum. Ich sammle gerade. Ich sammle auch gerade und laufe währenddessen. Ach, Mogi, weißt du, wo ich bin? Wo? An unserer alten Base. Echt? Dann bist du immer drum herum gelaufen. Ich bin schon die ganze Zeit hier am, äh, Pflanzen sammeln bei den Streichern. Ich sammle auch die ganze Zeit, aber auch währenddessen. Ich laufe durch die Pflanzen. Bei unseren, äh, Farmingplatz, da wo wir die Pflanzen gold haben. Dann sammle. Alten, schau mal. Ich sehe drei Milliarden Dinos. Weißt du, wenn du mir jetzt zu nah gekommen bist, ich könnte dich theoretisch ja töten. Ich habe eine Rüstung, und du? Ich habe einen Speer. Oh, dann bin ich betacke. Ich kann den Speer werfen. Ich kann dich mit den Fäusten beträuben. Ja, gut, du wirfst den Speer. Er bleibt stecken, was dann? Dann nehme ich mir einen raus. Wie viele hast du dir gecraftet? Noch keinen. Wow. GG. Oh, ich bin der Bauch. Jetzt verliere ich den, weil ich verdursten bin. Das ist echt uncool. Ich habe gerade getrunken. Also, Mogi, erzähl mal. Du hast es ja nicht nur mitgekriegt. Oh nein, ein T-Rex. Mogi, was ist hier auf diesem Server los? Aber. Fleisch umsonst. Oh, oh, Alpha. Ehrlich? Nach der kurzen Zeit. Alpha Raptor. Nein. Nach der kurzen Zeit. Mhm. Zum Glück habe ich dieses Problem nicht. Zwei T-Rex. Und die Kämpfen gegen den Alpha Raptor. Oh. Beobacht das mal und sagt mir, wie es ausgeht. Drei Raptoren, die direkt auf mich zukommen. Ah, Panik. Ehrlich? Also, ich will ja nicht sagen, ob du hast einen echt scheiß Start hingelegt. Ja, ich bin tot und ich war so stolz auf die ganzen Sachen, die ich gesammelt habe, ne? Du musst es so sehen. Du hast jetzt diese Spielerfahrung gesammelt und weißt, dass du da nicht hingehen solltest. Weißt du, was ich so sehe? Ich könnte jetzt in jeder Zone random respawnen, wie ich möchte, ne? Ja. Ich könnte aber auch wieder bei dir in der Nähe spawnen. Also, ich glaube, bei mir dann eher schlauer, weil du hier die ganzen Lehren sammeln kannst gerade. Man kann die überall sammeln. Aber hier sehr leicht. Und hier ist eine ziemlich safer Gegend. Ah, ist es das? Oh, holy moly. Also, ich weiß ja, wo ich die Nacht bleibe. Ehrlich? Ja. Ich nicht. Ich weiß, dass ich wieder zett und holzsamen muss. Das weiß ich auch nicht. Alter, das ist doch ein Witz, ne? Und wie viele wilden Tieren du bist schon begegnet, außer diesem Wild von Saure, den du getestet hast? Ich bin einem Langhals begegnet. Einem Langhals? Ja, ja, der hat mich geschützt. Oh, das wäre das Stimmen, würde ich gelöst mich haben. Oh, man. Hä? Oh, Silver Lake, okay. Okay. Und ich sammle ein bisschen Holz. Ein bisschen, ein bisschen Holz. Oh, Mann, Moly. Was ist los? Nichts. Hab dich lieb und so. Ich dich auch. Deswegen werde ich dich töten, wenn ich dich sehe. Direkt? Nein, so mit kleinen Level interessierst du mich doch gar nicht. Erst wenn du mich siehst, wie ich jetzt gerade auf meinem Brontosaurier reite, wie ich gerade gesehen habe. Aber auf Level 1 gehen sie richtig schnell. Brontosaurier. Ach, Langhals. Hängt das zu sehr gelogen? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Gut, das ist nicht. Hm. Ah, ist jetzt wieder Fieber da mit Motikatu wieder so viel. Ah, nein, ich glaube nicht. Nein. Ah, das sind wir von vorne anfangen müssen. Komm, nicht mehr. Dann müssen wir auf dem anderen Server aufsetzen, hätten wir nur ein höheres Level, dass wir uns hier sogar boosten könnten, weil ein eigener Server und so. Aber das, dann finde ich, ist wieder langweilig, wenn man so anfängt. Mach mal, finde ich das. Ja, ja, das finde ich. Obwohl, so wie ich jetzt gerade ausgerüstet bin, ich wette, ich könnte dich töten. Wettest du das? Nur weil ich wieder gar nichts habe? Nein. Hast du eine komplette Rüstung oder nur? Ich habe gerade mittlerweile gar nicht, weil ich gestorben bin. Das stimmt. Entschuldige, deine Nachfrage. Ja. Freust du auch. Pfeife. Oh. Ich habe nicht viel. Oh, diese Krankheit gerade. Oh, wie ist das? Ha, du bist beschnoddert. Hast du gerade wirklich gesagt, ich bin beschnoddert? Ja, beschnoddert. Beschnoddert. Du weißt doch, wo der Typ bei uns gegenüber der Base gebaut hat. Da, wo es so nach oben geht, ne? Ja. Da bin ich, weil das ziemlich safe ist, da ist hier nur Schildkröten und... Ach, wo er das Licht zugebaut hat? Ja, ja. Okay. Würdest du dich da einweseln, oder wie? Nein. Da bleib ich jetzt erstmal hier für die erste Nacht, weil sie sehr sicher ist. Aber schon, das... Wie spät haben wir es gerade? Äh, tatsächlich, ich hab mein Handy hier irgendwo. Ich meine, Endgame. Lass, ich guck selber nach. 15 Uhr. Ah, die Nacht kommt schon näher. Und Phil vor. Eins in echt. Oh, na. Ich hab gedacht, ich hab Schüsse gehört. Ich hab gedacht, du kommst gerade wirklich hin. Ähm, ich doch nicht. Ich steh auch nicht hinterm Baum. Ich töste dich, wenn du nicht hinterm Baum bist. Tust du das? Und was, wenn ich überraschend füsten von hinten komme? Wie in meinem Intro. Oh, ich werde angegriffen. Oh. Also, ich hab gleich einen Speer. Ich hab sieben Speere. Ehrlich? Ja. So, ich bei dir. Nein, dann kann ich sieben Stück auf dich werfen, dann bist du tot. Na, ich musste erstmal die Rüstung farmen, also, nee. Ich weiß, dass du um PPPP bist. Ohne deinen Sniper kannst du nichts. Okay, oh, da weiß jemand, dass ich mit einer Sniper echt gut bin. Oh, Mist, das war so. Ich bin fast tot. Ja. Wenn du jetzt überraschend angefistet kommst du nicht tot. Nice. Auf diesen Moment hab ich gewartet. Und, ich warte? Hast du überlebt? Was hast du denn gemacht, dass du fast tot bist? Ich bin da runtergesprungen. Ich hab gesagt, so, jo, voll Gangster. Und dann war halt dieser Boden. Und einfach kein Wasser. Ja, und da hab ich mir gedacht, Mist. Hast du das? Ich wusste, die war ein Dodo. Ja, Dodo sind überall. War auch. Bei der Zersperre ist kaputt, weil ich einmal geschlagen hab. Ja, diese Sperre sind zu gar nicht gut für dich. Bei der Zersperre ist kaputt, ja. Er ist tot. Ich bin getroffen. Okay, gesundheit. Ich werde das nicht ein bisschen brechen. Ich bin getroffen. Aber man merkt, wir sind besser als das letzte Mal. Was hast du drauf? Dass wir nur einmal gestorben sind bis jetzt? Wie einmal gestorben. Also ich. Ich hab nämlich schon mal eine komplette Rüstung und ich lebe noch. Also ich bei dir, ich hab ne Facke. Die hab ich auch. Ne, dir ohne mich ist der verloren. Ja, sowas von. Jetzt muss ich die ganzen Sachen selber spielen und kann Mogi sie nicht spielen lassen und hat am Ende 400 Punkte. Sag ich doch, ohne mich ist er nichts. Mogi V ist Puma. Oh Mann. Ich hab keine Ausdauer mehr zum Springen jetzt. Deswegen hab ich nichts mehr. Ja, okay, super. Ja, ich will Sachen craften. Mach doch. Ich hab noch nicht wirklich zu craften. Und gerade krieg ich nur Bären. Oh, das ist leicht, ob sie... Oh, ich hab das Spiel gehabt, leicht mini. Also nicht 40 mini. Spätestens ist es eigentlich 17 Uhr schon. Puh, die Zeit vergeht hier schneller als auf dem Annozalber, oder? Stimmt. Auf dem anderen Server war der Tag länger eingestellt und die Nacht kürzer. Das können wir noch einstellen, ne? Das machen wir nach dieser Folge, würde ich sagen. Weißt du, was relativ safe ist? Soll ich dir diesen Tipp geben, wenn du dich auslockst und keinen richtigen Schlagpunkt hast? Ne. Wenn du einen Stein abbaust und dich dort hinlegst, wo der Stein war. Der respawned einfach. Und dann liegst du unterm Stein. Safe. Hab ich bei unserer neuen Base gesehen. Da lag so ne nackte Frau. Ich hab sie zu dir ins Bett gelegt, aber du kamst ja nicht mehr online. Bis der Server halt weg war. Leider. Tja, aber so ist das Leben, ne? Dohwe Idee, das war ne dohwe Idee, das war ne richtig dohwe Idee. Warum mach ich sowas auch? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich hab mich vom Level beeinflussen lassen. Scheiße. Was hast du denn gemacht? Hast du gestorben? Nein, ich kämpfe gerade. Gegen was? Eine Level 6er Schildkröte. Oh. Ist gern. Ist echt so, weil ich keine Speere mehr hab. Hau mit Axt. Booster, 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 ja gib ihm noch mehr Stein. Oh nein. Mach los. Hast du es geschafft, sie zu töten? Nein. Mist. Oh nein, ein Level 33er, oh, erst vor, okay. Was passiert, wieso ist der Tod? Hab ihn getötetet? Level 33er Todung. Du bist so ein Spaß. Warum, warst du kurz beeindruckt? Nein, ich hab mir gesagt. Hä? Da war nichts mit beeindrucken, das ist einfach nur, hä? Ich weiß, wie wir die Speere gut sind. Einfach nur um Fische zu jagen. Das kann sein. Wäre zu viel was anderes, hätte ich nie gedacht gewesen. Hallo! Oder halt auch andere, äh, Claire zu werfen. Ich komm gleich, vielleicht soll ich ihn auf mich werfen. Sind uns noch da. Ich glaub, wir haben unsere alten Welt vorbei. Ich bin grad nicht mehr näher. Also ich bin schon in der Nähe, aber ich bin nicht da. Ich bin schon in der Nähe, ich bin schon in der Nähe. Ich will jetzt den Flugsauber angreifen, aber wahrscheinlich hast du ihn dann auch aggressiv gestellt, so heimlich, und sagte nicht. Stell dir mal vor, kann man das? Weiß ich nicht, glaub nicht, nee. Level 8, oh mein Gott. Gut, dass ich das eben mit dem Fisch gesagt hab, weil ich jetzt gerade welche töten wollte, um Fleisch zu haben, aber keiner da ist. Nein, bei Leid. Wieso müssen wir Feinde sein? So, weil wir auf dem anderen Server Freunde waren. Das ist ein guter Grund. Ja. Lass' ich eins. Du one-shotest die Fische mit dem, äh, also Level 4er Fische mit dem Speer. Okay. Hast du ein Lagerfeier? Ja. Nee, ich hab's nicht gescaled. Aber das werde ich gleich wahrscheinlich machen. Oder du willst einfach meins benutzen. Oder ich benutze eins. Machst mir ein Lagerfeier? Nee, wir sind Feinde, du kannst einfach an meins gehen. Kannst mich ja töten, lass' ich das ganze Fleisch rausnehmen und... Stimmt, die Geschichte. Ja, kann ich schon machen. Mal sehen, ob ich mit dem Fischen mehr Glück hab. Kommt so ein Hai, so ein Nessi, oder irgendwas anderes Schlimmes. Ja, ich seh zwei Hai, glaub' ich, in der Entfernung. Und zwei Fische ein bisschen weiter weg, aber nicht mehr so. Ja, mein Sauerstoff ist ja auch richtig gut weg. Okay, ich hab fünf Rotfleisch. Gerade von einem Fisch bekommen, oder was? Wow. Warum? Schweig getötet. Ja, drei Fleisch. Aber ist doch ehrlich so, deswegen. Wie stellt man eigentlich Kibler, das hab' ich noch nie gemacht. Oh, ich muss das selbst herausfinden. Hättest du jetzt schon mit Kibler? Nein, ich wollte es nur wissen. Schmeck. Na gut, dass du einen Topf mit Karotten und Kartoffeln und Mais und Wasser und Bären. Weißt du, ich hab' schon eins gemacht gehabt. Aber, Zusatz EP. So. Oh, ich hab' ich hab' sogar zwei Feuer. Wegen EP. Wegen EP? Nein, eher auf Versehen, aber... Ich hab' jetzt positiv. Ich hab' jetzt noch einen Dylphosaurus. Ich hab' gesagt, ich sterbe. Oh, ich hab' jetzt noch mal wieder. Guck mal wieder. Oh. 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 applaudieren ich werde das so schaffen ja bloß nicht das braucht heute wird werden bei uns weitermal wirklich praktische Sachen das ist die damit sie glaubt ist ich habe ich glaube ich bin hat ein grünes Licht bleibten ich will nicht in der Welt ich bin ich in der Welt gestehen weil ich weiß du bist so ein böser Bube ich weiß wie hinterlässt ich mich denn sogar Harold hat einmal Schiff davor in solchen Games in meinem Körper hat immer schlimm ach komm schon So nach 10. Wow. Gibt es gar nicht. Wir können das Spiel doch so einstellen, dass es immer Tag ist. Aber das wäre langweilig. Das wäre wirklich langweilig. Aber die Nacht sollte man wirklich ein bisschen kürzer machen, weil... Ja. Fieber. Flint. Weil ich muss ja noch neue Speere machen. Scheiße, ich brauche Fieber. Ich auch. Darum sage ich ja Fieber. Und du sagst das Fleisch. Ich wette, ich komme wieder und lege das ganze Fleisch weg. Nein. So hechelnd hinterm Baum sitzt. Nein. 14 Fleisch hinter drin. Gebratene. Jetzt steht er doch. Warte, bis ich hinterm Baum hervorkrieche. 14. Also wenn man da warten würde, ne? Das ist so... Pff. Also du könntest, du würdest da jetzt hinlaufen, ohne zu bedenken, dass ich da vielleicht warten, dich Türkei keißen oder so. Würde ich auch machen. Los geht. Mach gleich. Nice. Ich warte jetzt noch nicht hier. Meine erste Base ist gleich fertig. Wie eine Base. Meine erste Hütte. So, das passt. Gute Nacht, Mogi. Gute Nacht, was? Schlaf gut. Ich habe mich hingelegt. Hm, lecker Fleisch. Wahrscheinlich hast du hinter, direkt da, wo ich mein Lagerfeuer hingesetzt habe, so ein Schlafzack in der Nähe gesetzt habe, bist du da gar nicht hingepottet, ist das ganze Fleisch auf den Potz nicht zurück. Du kannst planen. Einfach aus Prinzip machst du das. Natürlich. Geht mir noch einen Gegner. Ein irgendwas. Ach, Mogi, du suchst mir verleiht, ich hatte verliebt. Sag jetzt was nicht. Was machst du? Nee? Ich hab's mir gerade mein Fleisch. Nein. Lass das. Mogi, also, wie soll ich was tun würde? Guck mal, wir sollten zusammenspielen. Sollten wir? Nein. Nein, nein, sollten wir nicht. Hoffnung, sehr schmerzhaft. Was? Was? Hast du mal Lagerfeuer kaputt gemacht? Nein. Ich doch nicht. Guck mal, weißt du, wenn du lügst, das hört man. Wer weiß, dass ich's extra so betone? Nein. Nein. Du darfst nicht. Mist. Heid. Nein. Ich hätte den Dodo dann oder der Faust ausgemammeln sollen. Ey, ich wieg schon mit 62 Holz zu viel, ne? Ja. So ein Kack. Achso, ja. Ich drück schon auf die 8, weil ich die Fackel in die Hand nehmen möchte. Automatisch. Es ist dunkel geworden. Ich würde sagen, wir sollten die Folge beenden, aber... Das geht gerade nicht. Na, was machst du? Irgendwas Besonderes? Nein. Das war voll unnötig. Mist, 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 Mist. Egal. Warum bin ich denn so schwer? Achso. Ich weiß nicht morgen, was das alles in der Meta hat. Erzähl mir doch, was alles in der Meta hat und ich sag dir, warum du so schwer bist. 37 Stein? Mhm. Mhm. Reicht dir das? Nein. Schade, sprüche Kind. Will ich? Nein, ich bin. ich habe da nämlich gerade eine Feier gesehen und ich fühle mich sicher, ob das meins hat ach doch, das ist meins ist jetzt auch noch faranoid, oder was? ja, ein bisschen, ich gebe es zu ob ich irgendwas Schlimmes machen könnte du kannst mich töten wäre das so schlimm? die Sachen, die ich gerade habe, ja da ich bereite mich auf all den den jetzt schon Zweig-Zen vor mit dem Zweig-Zen jetzt noch nicht, aber ich sage mir gerade Bären dafür schon die ganze Zeit, weil äh, äh, Dings können wir jetzt schon machen, der Steinschleuder ein Ort hat sie auch schon gelernt ah das Server hängt, Mist so muss ich den Speerger nicht werfen ach so, weil ich liege, stimmt es ist die Mühm ich dachte es ist sie hier Ich stehe hier gerade in dem Gang, wo du langlaufen musst, mit einem gezogenen Speer, den du dich loslassen musst und dann fliegt er erstmal Kilometer weit von deinem Gesicht. Okay. Jetzt nicht mehr. Ach, Mogi. Wenigstens habe ich genug Fleisch. Warte, ich brauche kurz Freundin und Power. Hilfst du mir kurz, Mogi auszulachen? Ich sage Ihnen zwar nicht, was ich gerade mache, aber hilfst du mir, ihn auszulachen? Warte. Moment. Ich habe schon wieder 8 gedrückt. Sie hat gelacht. Wow. Aber das war kein Feld klar. Tja, Mogi, ich habe dich lieb. Ich sollte besser aufpassen, ich bin fast tot. Entschuldige, was fast tot? Ja. Warte, bist du das deinem? Ja. Ich mache was, was Licht ist. Nein, das ist er nicht. Na ja, Mogi. Ich habe dich lieb, Mann. Hör auf, das immer zu sagen, es ist er nicht so, ich habe dich lieb, jetzt tötig dich. Nein, nein, ich bin mir Gott witzig. Ich freue mich schon darauf, wenn du meine erste Folge siehst. Ich würde sagen, wir sollten die erste Folge jetzt beenden. Warte, warte, läufst du mir etwa die ganze Zeit hinterher? Das fühle ich, Mogi. Und deswegen lachst du wegen der ersten Folge? Ich bin direkt hinter dir, die ganze Zeit. Oder hast du gerade Atmerechte benutzt und hast... Nein, Atmerechte benutze ich nicht, keine Frage. Und hast du gerade einen Eisenrüster gecraftet und stehst jetzt gleich hinter mir und tötest mich? Nein, 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 auf der Erdung, Mogi. Das machst du nicht, oder? Nein. Ich bin so froh, dass du aufnimmst, sonst würde ich mir vor die Sorgen machen. Ich habe gerade einen Alpha-Raptor, genau neben dir gespawnt. Ah, oh nein, ah, er füsstet mich auseinander. Oh, du böse Welt. Wenn jetzt wirklich einer kommt und dich töte, glaubst du, ich war das? Ja. Ich habe ja schon einen gesehen, der direkt von meinen Tüten gespawnt ist, also bitte dich. Und zwei T-Rexes und... Hm? Wer hat eigentlich gewonnen, die T-Rexes oder der Alpha-Raptor? Keine Ahnung, ich bin gestorben. Ah, stimmt, du bist abgehauen. Nein, ich wollte das Fleisch holen, was da liegt. Auf einmal löst sich der Stego, der tote Stego auf und hinter diesem toten Stego sind drei Raptoren. Und sie rennen direkt auf mich zu. Also, ich denke mir, das war voll schlecht von dir. Nein, so schlimm war das nicht, das war einfach nur... Nicht schlimm, schlecht, ich sagte schlecht. Stimme wäre ich auch kein Move, man spielt gar nicht, ich hätte sich mal ansonsten, weil ich von dir wegrennen kann. Habe ich aber auch nicht. Wir sind beide verlangsam. Hast du noch kein Einzimmer auf den Kopf, man spielt das Spiel? Nein. Nein. Ich auch nicht. Ist sowieso irrelevant, weil später lau... Töte ich dich sowieso irgendwann. Früher oder später ist eh mit dir alles vorbei. Oh, dann war ich auch nicht einfach und... Oh, du würdest mal ganz gesamte Base aufeinander verpisten, oder? Nein. Weil, hast du eine Ahnung, du hast voll anstrengend, erstmal deine Base zu finden. Und das heißt, ich brauche erstmal Flug-Saurier. Ich weiß selber gerade nicht, wo ich bin. Ist das Schlimme, ja. Weil ich habe keinen Punkt auf der Karte. Ich auch nicht. Aber... Sobald ich ein Bett setze, kann ich dir sagen. Momentan weiß ich nur, wo dein Bett ist. Welches Bett? Also, das Bett, was ich bei dir hingelegt habe. Ah, das Bett. Genau. Ich habe gerade einen roten Lichtstrahl gesehen. Von gar in zwei in der Entfernung. Und ich dachte so, scheiße, Schnellverschuss, Moment mal, was? Willst du mir, hast du das gerade ehrlich gedacht? Ja, gerade habe ich das wirklich gedacht, weil es sieht echt schlimm aus. Was? Wieso hast du Sniper-Schuss noch... Mann? Wieso was? Wie kannst du so aus mit dem Sniper-Schuss verwechselt? Ja, dann. Ich weiß nicht, was hier hat man aus Russland. Davon. Bekommen ein Tatsch misst. Ich würde sagen, gut noch. Ich werde erst kämpfen. Was bist du? Ich werde erst kämpfen und danach werde ich die Folge wenden. Oh, okay. Also, ich werde auch weiter, dass du die Folge wenden kannst. Ja. Nachdem ich gekämpft habe, natürlich. Natürlich. Okay, wächst die Team. Ich muss erst was trinken, sonst stelle ich mich am Verdursten. Ist du soweit vom Wasser weg? Nein, aber ich bin jetzt schon fast am Verdursten und... Ich weiß nicht, warum, wenn ich renne, drücke ich immer mal wieder leer, weil ich dann immer denke, bin ich schneller. Okay. Ich dachte, es war nur ein Trike. Es ist ja eine ganze Armee. Läuft bei dir. Ich muss mir überlegen, was ich als nächster Skille habe. Das ist ja praktisch. Aber eigentlich möchte ich die hier holen. Du willst dich hier gleich eben kurz ausloggen, ne, um, äh, Server Einstellungen zu ändern. Warum ich? Ja, aber wir müssen uns eh beide ausloggen, das... dafür. Also sonst fliegen wir raus. Okay. Okay. Kommt dann halt so an, ja? Oh, die Pär. Ich bin so. Ok, die Schildkürze, die ich unbedingt töten wollte. Gerne, dass ich die Folge beenden, bevor der nächste Tag komplett da ist. Ist es nämlich wieder hell? Na, die Serverzeit läuft weiter. Wir hätten im Dunkeln. Aber ich kann den Server jetzt nicht neu starten. Heavy. Aber ich will den Server jetzt nicht neu starten. Dann spielen wir so weiter. Auf jeden Fall, wir machen jetzt den Server. Das wollte man nicht abändern. Ich hab's vergessen. Folgenende, also bis zum nächsten Mal. Und tschau. Auch nein. Tschau.